Ich bin nicht geizig, ich bin großzügig. Sie hätten jemand wegen eines Pennys fast den Arm abgerissen. Ganz kleinen Moment noch, Mann in grün. Wer wagt es, den kriegenden Holländer von der Seite anzuquatschen? Das wäre wohl ich, Spongebob-Anquatschkopf. Ich sage Ihnen, Sie haben den Falschen. Dieser Mann hier ist die großzügigste, großherzigste Krabbe im ganzen Ozean und ganz und gar nicht geizig. Der verkauft deine Seele für eine Handvoll Dollar. Ich wette meine Seele, dass er es nicht tut. Na gut, Kleiner, abgemacht. In Ordnung, Freundchen, ich lasse dich hier. Aber zuerst hilfst du mir bei der Wette. Wenn du die Wahl hättest zwischen Spongebob und all dem Geld, das ich in der Hosentasche habe, wie entschiedest du dich? Kommt darauf an. Um wie viel Geld geht es überhaupt? Mr. Krabs. 62 Cent. Ich nehme das Geld. Mr. Krabs. Das ist für dich, Krabs. 62 Cent. Nächster Halt, der Spin von Davy Jones. Aaaaaah!